Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal der erste Guide zu einem der Dimension Hole Boss Stages. Ich habe ja auch schon ein paar diverse andere Guides zu Dimension Hole gemacht, wo es vor allem um die Second Awakenings geht, wie man die baut, welche sind gut, welche nicht. Das ist der erste Guide zum Dimension Hole Boss Illunia, wo ich euch einerseits hier mein Team vorstelle, was ich derzeit spiele. Das Team läuft ca. 1,30 Uhr im Durchschnitt und ist mit Abstand das schnellste und safeste, was ich so mit meinem Accountstand so bauen kann, was ich zumindest festgestellt hatte. Ich werde euch das Team vorstellen, welches Stats man so benötigt und vor allem, das ist glaube ich das, was die meisten interessiert, weil ich meine Guides hier immer möglich sehr Free-to-Play mäßig gestellt habe, damit wirklich jeder Zuschauer was davon hat und nicht sofort sieht, oh, da ist Sierra, ich habe keine Sierra, Guide bringt nichts, tschüss. Denn auch im Verlauf des Guides werde ich euch verschiedene Möglichkeiten präsentieren, was könnt ihr spielen, wenn ihr keine Sierra habt, was könnt ihr machen, wenn ihr keinen Fenian habt, was könnt ihr machen, wenn ihr keine Ladriel habt und so weiter und so weiter. Ganz Free-to-Play mäßig werde ich es zumindest in diesem Guide nicht hinkriegen, auch wenn es Free-to-Play-Teams gibt in der Tat, aber ich werde mich hauptsächlich hier auf das Wind-Element doch beschränken, denn es gibt eigentlich nur drei wichtige Sachen bei Illunia. Ich könnte euch jetzt ein 50-minütiges Video präsentieren, wo ich euch die komplette Boss-Mechanik von Illunia und ähnliches erkläre. Ich finde, das bringt nichts, weil erstens könnt ihr selber lesen und zweitens findet man sehr viel raus durch selber spielen und drittens, es sind wirklich nicht alle Fähigkeiten so megamäßig relevant, dass man sie countern muss. Dass man weiß, was es gibt, ist vielleicht nicht schlecht, aber man muss nicht jetzt jedes Element, jede Fähigkeit mit einem Monster counter, weil wir haben auch nur vier Monster und die Mechanik ist, wir müssen vier Monster vom selben Element spielen. Ich habe mich für Wind entschlossen, weil es dort auch zwecks Free-to-Play oder vor allem auch Vorstart-technischen Monstern wirklich sehr viele gute Optionen gibt, die nicht nur safe sind, sondern auch schnell sind und leicht zu bekommen sind. Aber zurück zur Boss-Mechanik. Es gibt eigentlich nur zwei wichtige Dinge, die hier bei diesem Boss wichtig sind, neben natürlich der allgemeinen Mechanik, dass hier immer so Minions kommen und die eine extra Fähigkeit haben und so weiter. Das Wichtigste ist, oder eine der wichtigsten Sachen ist, die erste Fähigkeit vom Boss, die immer ein AOE ist und die Fähigkeiten, die den Tod verhindern, ignorieren. Das heißt zum Beispiel die Pässe von Garo oder von Mio oder von Triana oder ähnliches. Wichtig ist, diese Mechanik ist nur vom Boss. Das heißt, Monster wie Triana, wo wir später auch noch zu sprechen kommen, sind in der Tat dafür ziemlich gut. Denn wir können damit zum Beispiel hier vom Balaness diese ganzen Debuffs und so weiter wegmachen, können uns zum Beispiel Munity buffen, um das zu verhindern. Und auch die Passive triggert, wie gesagt, wenn ein Minion ein Monster von uns killen würde, nicht der Boss. Das ist wie gesagt der Unterschied. Ansonsten, das Zweite, was wichtig ist, ist, dass der Boss eine Mechanik hat, dass er immer, wenn wir ihn oder auch die Minions angreifen, bekommt der Boss Attack Speed. Das bedeutet, wir möchten mit möglichst wenig Angriffen den Boss killen, weil wenn wir ganz viele Angriffe brauchen, stackt sich der Boss mit Attack Speed hoch, der zwar bei jedem Angriff vom Boss wieder resettet, allerdings jedes Mal, wenn der Boss drankommt, bekommt er einen stackbaren, wie soll ich sagen, Attack, nicht Attack Buff, aber sein Attack Wert steigert sich. Also praktisch, je länger wir brauchen, desto mehr Angriffe wir brauchen, desto mehr der Boss uns angreift, desto mehr Attack kriegt er und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben. Wir machen nochmal einen zweiten Run, um euch das zu demonstrieren ein bisschen und ich erkläre dabei schon mal ein bisschen was zum Team, worauf das aufbaut. Also, wichtig ist, dass wir einen guten Leader Skill haben, was in den meisten Fällen entweder HP oder Defense in den meisten Fällen ist. Auch wenn der Boss ebenfalls eine Mechanik hat, die Defense ignoriert, ist trotzdem ein Defense Lead nicht schlecht, aufgrund der AOE-Fähigkeit vom Boss, die eben kein Death Ignore ist, oder auch den Minions. Noch besser finde ich HP, vor allem wenn man Monster spielt, die zum Beispiel auch auf einem gewissen HP Wert vom Schaden oder so skalieren, wie zum Beispiel ein Retash oder ähnliches. Also wichtig ist, was ihr jetzt erstes picken sollt, ist ein Leader Skill. Ihr seht hier Eladriel. Mit was könnt ihr das austauschen, den Eladriel, der zwar auch nochmal die Revive-Rolle hat, aber wir gehen jetzt mal von Leader Skill zu Reviver, von Damage Dealer, Immunity Buffer und so weiter, dröseln wir das auf. Also, Leader Skill, Eladriel zum Beispiel, oder Lagmoron ist auch ziemlich gut, hat ebenfalls einen sehr starken HP Lead. Sensei könnte man nehmen. Das sind alles HP-basierten Leader Skills, die da wirklich sehr gut funktionieren. Notfalls, wenn ihr jetzt Net5 technisch wirklich gar nicht gut ausgestattet seid, ginge auch einen Skogul, der hat zum Beispiel, ich glaube, 20-30% Defense oder ähnliches, das ginge auch. Also, ihr solltet gucken, habt in irgendeiner Form ein Leader Skill. Das zweite ist, es muss kein Reviver, also Wiederbeleber sein, es können auch Heiler oder Immunity Buffer sein. Ich spiele zum Beispiel komplett ohne Immunity, weil ich sehr viel Schaden habe und deswegen der größte Damage Threat, sage ich mal, also die Stage, die am schwierigsten ist, nämlich die zweite mit dem Balaness, sehr stark umgehen kann, weil ich sehr viel Schaden habe. Wenn ihr noch nicht so gute Runen habt, dass ihr diesen Schaden habt, könnt ihr weitere Supporter picken, die entweder Immunity buffen oder die cleansen können oder die eben wiederbeleben können. Das heißt, ebenfalls für den Eladriel andere Einsatzmöglichkeiten wären eine Triana wegen der Passive plus Immunity Buff und Heilung. Das kann sein, eine Delphoid zum Beispiel, auch ziemlich gut, die ebenfalls Immunity buffen kann, die heilen kann und die auch glänzen kann sogar, alles in einer Fähigkeit. Ebenfalls ziemlich gut. Als Reviver gäbe es auch noch zum Beispiel Terranis, wäre auch eine Option. Der hat auch nochmal zusätzlich einen Defense Buff, mit dem das ganze Team ein bisschen tanky wird und wenn ihr das mit Monstern wie Fenian kombiniert, dessen Schaden auf Defense skaliert, ist das auch nochmal wirklich ein schönes I-Tüpfelchen. Michelle wäre auch eine Option, allerdings hat die wirklich sehr schlechte Base Stats und ist ein bisschen schwierig zu bauen, aber wäre so die stärkste Free-to-Play Einheit, weil es ein 3-Star ist. Ja, ginge auch. Das ist Wind Epic Caprice für die, die es nicht wissen. Das sind jetzt die, die werden also spontan einfallen vom Wind Element, die da reinpassen in diese Supportive Rolle. Als zweites braucht ihr ein Monster, was einen Defense Break hat, weil das ist der wichtigste Debuff, den ihr haben solltet hier bei dieser Dungeon, weil ohne den dauert der Kampf extrem lange, ihr habt zu wenig Schaden und wie gesagt, je länger der Kampf dauert, desto mehr Attack stackt sich der Boss hoch und so weiter. Deswegen mit einem der besten Defense Breaker ist natürlich hier der Fenian, der auf der ersten Fähigkeit halt immer einen Defense Break hat. Andere Möglichkeiten, die auch andere Rollen füllen, sind zum Beispiel Sensei, der hat den HP Lead, der ist sehr tanky und der hat einen Defense Break, allerdings nur auf Skill 2, glaube ich. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel sehr gut und auch Free-to-Play an Ramahan. Auch wieder sehr gut kombiniert mit Terranis wegen dem Death Buff. Und Ramahan hat auf der ersten Fähigkeit immer einen Defense Break. Also damit ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ihr diesen auf dem Boss habt. Ramahan, sehr gute Unit für Illunia. Ansonsten gibt es auch noch Free-to-Play mäßig einen Bernhard. Das heißt Attack Speed Buff, das heißt Attack Break, was auch nicht schlecht ist beim Boss, Defense Break und seit dem letzten Patch ist es ja auch so, dass die zweite Fähigkeit von Bernhard ebenfalls auf seine Attack Speed Skelete deswegen kann der auch in der Tat hier in der Dungeon ziemlich gut den Schaden drücken. Das sind eigentlich so die Monster von der Defense Rolle, die mir jetzt auch sehr spontan wieder einfallen. Wenn ich was vergessen habe, nicht übernehmen. Ja, deswegen kann ich alles in dem Guide erklären und jedes Monster, das sind die, die mir jetzt so spontan hier wie gesagt einfallen. Dann kommen wir zur nächsten Rolle, nämlich Damage. Und bei Damage gibt es auch ein Monster, was auch wieder andere Rollen füllen kann, wie zum Beispiel Leader Skills oder in dem Fall jetzt bei dem Monster, was ich euch gerade sagen werde, auch Attack Break und Defense Break ist zum Beispiel Arang. Arang ist sogar Free-to-Play, kann man sich fusen, ist ein absolut mega, mega mäßiges Monster. Sehr guter Schaden, sehr viele Debuffs, ist allerdings ein bisschen squishy, das heißt, da müsst ihr eben das mit Monstern kombinieren, wie ich am Anfang des Guide euch schon erzählt habe, dass ihr dort guckt, dass ihr irgendwie Heilung habt oder Immunity Buff oder ähnliches, weil sonst stirbt ihr einfach zu leicht weg. Ich habe hier in meinem Fall Yen, denn Yen hat sehr viele Dots und Dots sind auch extrem gut beim Boss, weil ein Dot ja immer 5% von dem Leben vom Boss macht. Also ihr braucht gar keine richtig fetten Attack-Werte und richtig krasse Crit-Damage-Dealer und so weiter, sondern ihr könnt auch mit Dots arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt von Yen ist ziemlich gut wegen den Extra-Zügen und sie kann wirklich sehr viele Dots machen. Oder auch Orochi könnt ihr spielen. Orochi hat mit der letzten Fähigkeit auch sehr, sehr, sehr viele Debuffs und damit könnt ihr auch den Boss mit dieser Mechanik spielen. Sierra ist drinnen, hauptsächlich einfach wegen den Bomben und weil es für mich schneller geht als mit einem Skogul. Ich habe Sierra jetzt erst seit ein paar Tagen drinnen, weil ich eben gemerkt habe durch die Bomben und deshalb, obwohl sie übrigens keine Skill-Ups hat, Eladryl übrigens auch nicht, also in diesem Team hat weder Eladryl noch Sierra volle Skill-Ups, möchte ich auch nochmal erwähnt haben. Das heißt, da ist auch nochmal viel mehr Potenzial nach oben. Ist einfach nur ein Füller, den ich drin habe, damit es schneller geht. Wenn ihr nicht so einen guten Runenstand habt oder noch nicht so weit im Game seid, wird es bei euch eher was sein, wie zum Beispiel ein Retash. Ein Retash, der kann heilen, der kann noch einen Defense-Break machen, der ist tanky, das sind da gute Monster. Oder eben ein Skogul, der auch ziemlich tanky ist, der seinen Cooldown immer runterkriegt, wenn er angriffen wird, wenn sein Stein gerade oben ist. Das sind alles wirklich sehr gute Optionen. In anderen Teams, eben wie mit Skogul und mit Retash und so weiter, würde ich euch definitiv raten, dass ihr in der zweiten Stage den Belenis fokust. Also ihr habt gesehen, ich bin immer straight auf dem Boss mit diesem Team. Das liegt daran, weil es eben ein Damage-Team ist, auch mit Yen, mit den Dots, was eher schon ein bisschen in die Speed-Team-Variante geht, sage ich mal. Wenn ihr, wie gesagt, Monster spielt, wie Terranis, wie Delphoi, Skogul, Triana, dann sollt ihr definitiv in der zweiten Stage den Belenis fokussen, weil sonst, wenn einmal der Belenis durchkommt und ihr habt keine Community ab, dann ist es extrem viel Schaden, den ihr in den meisten Fällen nicht mehr gegenheilen könnt. Auch sehr zu empfehlen ist, in Stage 3 die Fran zu fokussen, mache ich sehr gerne, mit eben auch einem Team mit Skogul oder mit Retash, weil, wenn dann Immunity-Buff kommt, dann kriege ich keinen Defense-Break mehr drauf und dann dauert es wieder ewig und ist auch nicht so sinnvoll. Also wenn ihr, wie gesagt, nicht so ein Glass-Cannon-Damage-Team spielt, dann fokust sowohl in Stage 2 als auch Stage 3 das rechte Minion. Deswegen Einsatzmöglichkeiten von anderen Monstern habe ich gesagt, die Rollen habe ich erklärt, was wir jetzt noch machen, sind so allgemein die Runen. Generell in dem Team muss ich sagen, Sustain ist wichtiger als Damage. Ja, also hier Glass-Cannon-Damage zu bauen, finde ich, bringt nicht so viel, weil so viel Schaden hat man nicht, dass der Boss niemals den Zug kriegt und ähnliches, deswegen, ihr braucht einen gewissen Sustain, deswegen auch zum Beispiel der HP-Lead-Auf-Wind-Elementen. Fangen wir an mit Eladriel. Eladriel ist derzeit einfach auf Left-Over-Round irgendwie gebaut, den habe ich just for fun in einer Arena-Offensive, in der Bruiser-Offensive gebaut, weil ich zu vor war, selbst zu spielen, in Anführungsstrichen. Deswegen, was braucht ihr für Supportive Monster für Stats? Wichtig fände ich 200 Speed auf Valant. Wenn es nicht Valant ist, was übrigens nicht sein muss, dann würde ich aber einen 20er Speed draufpacken. Es sind eigentlich genauso die Werte wie auch für Raid Frontline. Das heißt, ich sage mal, 30.000 Leben kann auch in der Tat ein bisschen weniger sein. 30.000 Leben mit 1.300, 1.400 Defense, 200 Speed auf Valant, auf Non-Valant 20 mehr. Und ansonsten Resistance, wenn ihr habt, ist schön zu haben, vor allem, wenn eben der Balaniss mal durchkommt oder ähnliches. Muss aber nicht sein. Und Accuracy, es ist nicht offiziell bestätig. Ich habe kein Reddit-Post gefunden, wo es offiziell gedatamined wurde, was das Accuracy-Cap im Dimension Hole ist. Aber sehr, 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 sehr viele Leute berufen sich auf 45%, was ich auch glaube, weil ich habe nämlich mit 30% der Accuracy sehr viel gespielt und habe gemerkt, mit 45% war es wirklich erheblich mehr, was ich an Debuffs getroffen habe. Und ab 50, 60% wurde es auch nicht mehr. Also es ist nicht offiziell bestätigt. Wenn jemand einen offiziellen Post hat, wo es jemand gedatamined hat, bin ich sehr verbunden, wenn es in der YouTube Kommentar-Section jemand reinposten könnte. Ich habe nichts gefunden. Deswegen, ich würde euch anstreben, 45% ist Accuracy-Cap, wenn ihr es komplett anstreben wollt. Müsst ihr nicht unbedingt, aber könnt. Soviel zu Supportive und zu Eletchri. Deswegen auch diese Werte, die ich gerade genannt habe, gelten zum Beispiel für den Terranis, obwohl der natürlich noch ein bisschen mehr Defense haben sollte, weil sein Schaden auch auf Defense skaliert und so weiter. Aber die Werte gelten auch für eine Triana oder für eine Delphoi. Das wären, wie gesagt, die Supportive Stuts. Dann haben wir den Fen-Yan. Das ist mein ganz normaler PvP-Fen-Yan für Siege Battle-GK. Ihr seht hier 26, 26, 27, 26k live, 200 Speed, sehr wenig Riese und ähnliches. Deswegen auch hier, das wäre ein Monster wie Retash, die man einfach auf ganz, ganz viel HP baut, ebenfalls mit 200 Speed und so viel HP wie möglich. Defense ist, wie gesagt, nicht mal so wichtig, weil der Boss eben eine Fähigkeit hat, die Defense ignoriert. Deswegen ist HP erheblich wichtiger als Defense hier in Illunia. Vor allem, wenn die mit HP Leader noch in Kombination spielen, ist das nicht schlecht. Auch wenn HP Leader immer auf die Base-Werte gehen, ist mir schon klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Also hier auf dem Fen-Yan würde ich anstreben, 25, wenn ich ehrlich bin, sogar noch mehr HP. Jetzt dafür würde ich auch eher um die 30k tendieren. 200 Speed, sagen wir hier mal von mir aus 2000 Defense, wenn es um Fen-Yan-Monster geht, weil er auch auf Depth skaliert. Ihr seht, ich habe hier nur 17 Treffer-Chance. Das liegt einfach daran, weil ich für Illunia nicht selber ein Team gebaut habe und die erste Fähigkeit ja ganz oft gemacht wird und irgendwann mit schon der Defense-Break treffen. Wenn ihr es wirklich safe haben wollt und ihr spielt auch Fen-Yan, versucht ihm ein bisschen mehr zu geben. Ihr müsst nicht 45% bauen, aber vielleicht so 30% oder so wären ganz schön. Dann haben wir die Sierra. Sierra ist auch auf Left-Over-Runen gebaut. Die habe ich jetzt erst vor ca. einer Woche gezogen und habe seitdem kein FVR gemacht und habe irgendwelche Wallen-Runen, die ich gerade auf meinem Account hatte, einfach per Hand kurz eingetragen. Hauptsache es war ein Wallen-Set und fertig. Deswegen nicht wohnen an diesen Stats. Ihr seht zum Beispiel hier 17, 18k live. Das ist zum Beispiel eine Sierra. Aber so solltet ihr die meines Erachtens nicht spielen für Karsan, weil die stirbt viel zu oft weg. Das Team klappt mit dieser Sierra bei mir nur wegen dem Elad-Real, wegen der Heilung und wegen dem Revive. Deswegen, wenn ich wirklich die Sierra bauen möchte hier für dieses Team, würde ich auch hier mindestens 25 bis sogar 30k HP anstreben. 200 Speed, 60 Treffer-Scholl circa, deswegen 43 für einen Bomb war es auch absolut zu wenig. Wie gesagt, ich habe einfach irgendwelche Runen kurz drauf gehauen und ansonsten zählen eigentlich so die Werte auch schon wie ganz am Anfang erzählt. 30.000 Leben, 1.300 Defense, 200 Speed auf Valend, 220 auf Non-Valend, 45 Accuracy wäre das Beste und den Rest push dir in Damage. Das gilt bei allen anderen Monstern auch ebenfalls. Letztes Monster ist Yen, die ist für Siege Battle auch gebaut und auch hier seht ihr, die hat eigentlich zu wenig Leben. Das heißt, wenn ihr wie gesagt Monster spielt, wo ihr kein Elad-Real habt oder kein Terran ist und praktisch, wenn ein Monster stirbt, es auch wirklich tot ist und ihr keine Möglichkeit habt, es wieder zu beleben, müsst ihr euer Team einfach auf mehr Leben, mehr Defense, aber vorzugsweise mehr Leben bauen. Deswegen, das hier klappt nur wegen Elad-Real. Ja. selbe Spiel wie zum Beispiel Bernhard, da baut ihr einfach euren ganz normalen Bernhard wie auch für Arena Offensive, guckt vielleicht, dass ihr ein bisschen HP noch hinkriegt, aber ansonsten, die Werte bleiben so, wie ich jetzt schon zweimal erzählt habe, bei dem Letzt-Real mit diesen Werten. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hilft für euch und ihr könnt euch ein Bild machen, welche Monster und welche Teams ihr jetzt auch in die Lunia spielen könnt. Ihr könnt mir gerne mal eure Teams in die Kommentar-Section reinschreiben, auch so was für Zeiten ihr erreicht habt und so weiter und könnt vielleicht auch andere Leute davon profitieren und können sich die Teams dann auch rauspicken. Wenn ich jetzt nochmal einzelne Teams nenne, dauert das Video noch länger und ich habe ja wie gesagt die Monster genannt und auch was man kombinieren kann, ja zum Beispiel Ramahan mit Terranis, ja oder Death-Buff mit Death-basierenden Damage-Dealern, wie viele Supporter im Team sind und so weiter. Also man kann auch zum Beispiel Triana mit noch mit einer Delphoi spielen, sind dann Satz-2-Minute-Buffer, aber es geht, wenn dafür zwei Damage-Dealer drin sind, also ihr müsst irgendwie auch den Schaden haben, ja ihr könnt nicht spielen Eladriel, Skogul, Triana, Delphoi. Das ist einfach viel zu tanky, also ihr müsst eine gute Balance zwischen Sustain und Damage finden, damit der Boss auch möglichst schnell stirbt, weil sonst steckt sich, wie gesagt, dieser Attack die ganze Zeit nach oben. In dem Sinne, danke fürs Zugucken und wir sehen uns am nächsten Stream oder am nächsten YouTube-Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.